hallo ihr lieben herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ich war ein bisschen im action immer mal zwischendurch die letzten tage und jetzt habe ich so einen ganz kleinen haul für euch ich habe neue 15x15 blöcke gefunden die habe ich noch nie vorher gesehen die zeige ich euch heute mal zuerst zeige ich euch aber was ich sonst noch gefunden habe die kennt sicherlich jeder hier das sind diese organzerbeutel mit bündchen obendran 10 x 8 cm fünf stück sind da drin für 79 cent da gab es leider nur noch eine packung da hätte ich ein paar mehr gebrauchen können aber gut besser als nix dann habe ich ich drehe gerade video zu videos zu dem papier strohhalm und habe mir noch mal diese beiden pakete gekauft die gab es da jetzt ich glaube für 99 cent ich finde den bon aber nicht wieder wie gesagt das sind mehrere einkäufe da sind 100 stück die gibt es in verschiedenen farben ich habe mir einmal lieder mitgenommen und natürlich pink gibt es mit so schräg streifen geraden streifen mit punkten zum zickzack muster auch dasselbe auch nur mein jeder ich weiß nicht genau welche farben es noch gab ich hatte nur den blick auf die beiden da werde ich euch demnächst auch noch mal ein projekt mit zeigen könnt ihr auch gerne noch mal meine letzten videos gucken da habe ich auch schon was mit papier strohhalm gebastelt und da kommt auch noch ein bisschen was dazu dann habe ich mir diese stoff zuschnitte mitgenommen die kosten 1 euro 59 sind 100 prozent polyester fünf stück 50 x 50 cm das band hier habe ich zum beispiel auf das kommt in meine kiste mit den schleifen bändern und das kann man dann auch noch mal wieder verwenden so da ist einmal dieser pinke zum punkten und dreiecken dann so ein bisschen das ist das lachsfarbe koralle so blumen muss dann einmal dieselbe farbe nur einfarbig dann in so ein quietsch pink das ist glaube ich eher so lachs und dann in pink mit herzen die fand ich ganz süß habe ich mir einmal mitgenommen dann habe ich mir einmal eine ein so ein dekozweig mitgenommen der hat 99 cent gekostet sind so kunstblumen der ist ziemlich lang den werde ich mir wahrscheinlich abschneiden aber ich fand die so schön dekoriere öfter dann so kleine vasen mit so kunstblumen drin die halten einfach schön lange dann habe ich dazu so eine kleine vase ich weiß noch nicht ob ich die dazu verwende aber ich fand die so süß ich wollte sie erst auch noch in rosa mitnehmen die gibt es auch noch in so mint grün und noch mit so einem anderen muster aber ich habe gedacht rosa vasen habe ich genug in so einem stil deswegen habe ich nur die mitgenommen in weiß die ist ungefähr elf zentimeter hoch ich finde die total niedlich 1 euro 62 weiß nicht ob ich das schon gesagt habe dann schiebe ich das einmal zur seite und dann kommen wir zu den neuen blöcken die kosten jeweils 94 cent pro stück ich habe jetzt fünf stück mitgenommen es gab noch einen mit safari und tier muster den fand ich nicht schön also da war nichts für mich den habe ich nicht mitgenommen ich habe aber die anderen fünf habe ich mitgenommen die finde ich richtig schön und die zeige ich euch jetzt mal ist wie immer 50 blatt 15 x 15 100 hunderter grammatur und 94 cent habe ich glaube ich schon gesagt ne fünf mal zehn designs also immer fünf blätter würde ich sagen legen wir mal los mit dem pink basic pink hier einmal so marmoriert glaubt diesen braun und pink die streifen ich weiß nicht wie gut ihr das erkennen können auch so ganz leicht rosa mit grau ja auch noch mal sieht aus wie eine tapete finde ich aber schön das auch hübsch sieht aus wie so gestricktes muster in hellem rosa das ist jetzt hier auch noch mal ein teppich und als letztes noch mal in so einem bräunlichen so marmoriert das war der dann gibt es diesen fairy tales ist ein bisschen blau auch ist wenn es nicht so meins ist aber ich brauchte diese fe ich zeige euch die gleich die ist so süß und ich baste natürlich auch nicht nur für mich es ist ja klar meistens sogar eher nicht hier sehe ich die süße elfe die nicht süß die finde ich so richtig niedlich dann hier so was dunkles weiß nicht genau was das ist das sieht aus wie eine blüte in dunkelblau punkte sind ach ganz süß dann hier auch noch mal marmoriert in so einem dunkelblau grau das ist aus wie wasser das passt gut zu dem hier kann man auch gut zusammen verwenden die streifentapete das finde ich auch sehr süß mit den blümchen das sieht auch schön aus über den wolken bild schwarz weiß mit so einem ganz leichten rosa rot braun ton aber das finde ich auch richtig hübsch mit den regenschirmen hier nochmal weiße blümchen auf blau und ich glaube das war der dann loving home finde ich auch schön kleine sternchen und krönchen schmetterlinge dann hier federn jeans der passt auch ganz gut zu den streifen in diesem block das ist gut die passen sehr gut zusammen ich zeige euch die noch mal hier kann man gut zusammen verbasteln dann hier auch wieder so ein bisschen schwarz-weich sind ganz viele tassen kopfhörer kassetten kaffeebecher thermos kann auch irgendwie lustig das ist so holz parkett oder auch hier sind streifen die passen glaube ich hier auch wieder dazu noch mal so blümchen auf dunkelblau sind auch sehr hübsch die passen natürlich auch wieder gut zu diesen hier da passen diesmal die blöcke total gut zueinander auch finde ich irgendwie klasse und das ist hier rosaner kork dann happy colors den fand ich so schön sommer sommerlich so regenbogen mit weißen punkten gab es das nicht auch schon mal in einem 15 x 30 block ich glaube schon den zitronen und den rosanen hier auch noch mal so marmoriert auch schön als hintergrund sind so ganz viele kleine striche weiße pfeile ich finde die farben schön die sind so schön hell pastellig hier einmal herzchen und schleifen das ist ja sowieso immer meins und dazu auch noch mit punkten da werde ich schwach da sieht auch schön aus das sieht aus wie so glitzer obwohl es gar nicht glitzert und als letztes sind hier noch mal so ganz kleine blümchen total zartes muster auch richtig hübsch und dann habe ich hier noch lovely und sweet da fand ich auch die püppchen so süß und diese punkte zeigts euch mal gut knutschlippen das finde ich auch richtig schön das ist so ganz dunkles rot mit so feinen herzchen drauf die sind wirklich hübsch und jetzt mal im ernst wie süß sind bitte diese püppchen ja das ist jetzt rot kann man als hintergrund auch super verwenden die kleinen verliebten kaffeetestchen hier mit ganz viel herzchen und punkte blumen hier ist auch noch mal so gestricktes muster in rot ganz viel verfügen flocken auch cool ja steht hier auch so kleine fläschchen noch mal das war der also ich muss sagen ich finde die richtig toll die blöcke diesmal ich habe die auch vorher nicht gesehen ich habe mich so gefreut als ich die heute gefunden habe das sind die 15 mal 15 blöcke und ich habe noch die die cut blöcke die ich sonst nie mitnehme aber ich habe die jetzt schon bei mehreren in den holz gesehen und ich fand die so niedlich die brauchte ich irgendwie da will ich auch gerne mal karten mit basteln wenn euch das interessiert schreibt mir das gerne mal unten in die kommentare dann mache ich mal karten videos zu den 3d die cut blöcke und zwar habe ich da drei stück mitgenommen die kosten 1,49€ einmal zur seite habe ich einmal den hier ich fand die so niedlich also wie gesagt ich habe damit noch nie gebastelt ich habe die auch sonst nie mitgenommen aber ich habe die jetzt in anderen videos gesehen und ich musste die haben ich fand die so knuffig ich fand die so knuffig ist das nicht süß mit dem knutchen auf der wange also da war ich total verliebt dann habe ich noch den mitgenommen den finde ich fast noch am niedlichsten den gab es aber auch leider nur einmal sonst hätte ich den vielleicht sogar noch ein zweites mal mitgenommen aber ist ja gut so das sind so richtig süße Motive die sind gegriffen und das Schweinchen mit dem Hasen seht ihr das überhaupt? ja noch so eine süße gegriffen ich finde die kann man auch gut für so ein cover für ein baby album zum beispiel benutzen oder so rusa tinken fisch entschuldigt bitte das proben im hintergrund mein mann mädt grad den rasen so süß so das war der und dann habe ich noch ein der war so schön tropisch und sommerlich und so hawaii angehaucht die hibiskusblüten und die hier das ist so schön das ist auch richtig hübsch finde ich ansonsten ist es oft so im moment dass unsere action ziemlich leer geräumt sind ich glaube die kriegen auch nicht so richtig die ware nachbestellt im moment ich war jetzt in mehreren action und das ist wie gesagt nicht ein einkauf von einem tag das ist schon eine weile die habe ich heute geholt die klein aber ich weiß nicht wie das bei euch in den action filialen im moment aussieht die kommen irgendwie nicht hinterher im moment mit bestellen aber gut ich hoffe irgendwann kommen auch wieder bessere zeiten ich hoffe euch geht es allen gut ihr bleibt schön gesund wenn ihr mehr von mir sehen möchtet abonniert gerne den kanal wie gesagt es kommen jetzt noch ein paar videos mit papier strohhalm und ja wenn euch das gefällt kommt gerne beim guckt gerne beim nächsten mal wieder rein ich wünsche euch alles liebe bis dahin tschüss jetzt ich ich